Herzlich Willkommen zum Vorwärtsammerabend, Ihrem persönlichen Marktaus und Rückblick. Mein Name ist Dennis Göttler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben Dienstag, den 11.03.2014, 19.15 Uhr ganz genau. Wir blicken auf einen relativ ruhigen Handelstag. Nachdem sich die Aktienindizes kurzweilig stabilisierten, zogen sie ein wenig zurück und pendeln seitdem auf niedrigem Niveau. Alles in allem mehr oder weniger unverändert. Kommen wir zu Gold und Silber. Die konnten sich heute unterschiedlich entwickeln. Fangen wir erst bei Gold an. Wir hatten gesagt, dass wir ausgehend von der Marke von 1333 US-Dollar pro Feinunze ansteigen sollten. Das taten wir. Wir sagten aber auch, spätestens im Bereich von 1353 kann der Rücksetzer erfolgen. Der erfolgte auch. Dann zog Gold wieder sehr, sehr stark zurück, was das bullische Momentum im Übrigen unterstreicht. Und alles in allem müssen wir sagen, der Ausbruch nähert sich zunehmend einer wichtigen, letztendlich wichtigen Marke. Denn der Markt schiebt sich zunehmend weiter nach oben. Das sehen Sie hier durch die ansteigenden Tiefpunkte und durch die gleichbleibenden Hochpunkte. Spätestens hier über 1355 sollte es also bullisch werden. Silber eher mehr Schatten als Licht. Wir konnten uns zwar kurzzeitig hier stabilisieren. Die Long Order war auch schon gut im Gewinn, bis wir dann hier letztendlich zurückzogen. Und Silber nicht mehr so stark wie Gold letztendlich die Verluste aufholen konnte. Nichtsdestotrotz halten wir am Setup fest. Es hat sich nichts geändert an der charttechnischen Situation. Sicherlich, diese heutige Kerze sieht nicht allzu vielversprechend aus, sieht aber auch nicht zu bärisch aus. Wir werden sehen, wie sich der Chart hier entwickeln wird. Im Euro-US-Dollar sind wir von einer Seitwärtsphase ausgegangen. Maßgeblich zwischen 1,3830 und 1,3920. Wir hatten gesagt, wenn Kaufposition, dann schon hier unten im Bereich von 1,3820, 1,2830. Oder im Bereich von 1,38 USD pro Euro. Wer hier Long gegangen ist, wer das tief erwischen konnte, wäre jetzt 40 Pips im Gewinn. Nichtsdestotrotz, die Einschätzung, dass wir hier eher seitwärts konsolidierend unterwegs sind, im übergeordneten Aufwärtstrend, die hat sich als richtig herausgestellt. Wir erwarten nennenswert größere bullische Impulse. Hier ganz klar, definitiv über 1,3920 USD pro Euro. Neuseeländisch-US-Dollar, hier warten wir ab. Zwei Kaufmarken liegen im Fokus. Einmal hier unten im Bereich der 0,8440 und einmal über der 0,8523, wenn er hier sich bullisch entwickeln sollte, eben über diesem letzten Hoch. Oder wenn er die Korrektur fortsetzt, dann hier unten auch unterstützt, durch die steigenden H4, EMA, SMA 50er. Also die gleitenden Durchschnitte sind damit gemeint. Der Australisch-US-Dollar, der sollte jetzt zurückziehen. Tut er das nicht, dann wird es zunehmend kritischer. Also im Bereich von 0,8972, 0,8970 liegt hier eine starke Unterstützung. Nämlich stellt dieser Verlauf jetzt noch das Pullback auf diese gebrochene Konsolidierungstrendkanalsituation dar. Hier in diesem Bereich mögliche bullische Flagge. Sollte er hier nicht drehen, dann wird es kritisch. Dann letztendlich würde sich das Bild eintrüben. Also von hier aus erwarten wir eigentlich steigende Kurse. Wenn er das nicht vollzieht, Make-or-Break-Mark ist top relativ eng drunter. Dann könnte sich das Bild hier wirklich eintrüben und Kurse im Bereich von 0,8840 oder sogar im Bereich von 0,87 wären denkbar. Was haben wir noch auf dem Plan? Neuseeländisch-Dollar, Japanisch-Yen. Was war da die Situation? Genau. Wir sind aktuell seitwärts in einer Konsolidierungsphase untergeordnet, übergeordnet in einem Aufwärtstrend. Also jedenfalls aus markttechnischer Perspektive. Aktuell konsolidieren wir zwischen 0,88 und 0,88 pro Neuseeländisch-Dollar. Korrektur könnte sich fortsetzen, wenn wir hier unter die 0,87er-Marke fallen. Dann mit einem Kursziel bis in den Bereich von 0,86 aufgrund der übergeordneten Situation, aufgrund der Tatsache, dass Shinzo Abe, der Ministerpräsident Japans, immer noch einen sehr schwachen Yen will. Und auch diesbezüglich mit Hilfe der japanischen Notenbank auch hier regelmäßig Interventionen durchführt, Maßnahmen durchführt, die den Yen schwächen, sind Short-Positionen in diesem völlig intakten Aufwärtstrend sehr gefährlich. Zwischenzeitliche Korrekturen, klar treten die auf, sind aber nur trendkonstituierend. Bedeutet, sind einfach nur im aufwärtsgerichteten Trend von Notwendigkeit her wichtig. Aber ansonsten sind die Korrekturen nicht zwangsläufig wichtig, was das Traden angeht. Da ist eher mit dem Trend als gegen den Trend. Das ist ja jetzt keine großartige Weisheit. Daher nur diese zwei Long-Positionen, einmal über 0,88 und einmal über der 0,86er-Marke. Was haben wir im Euro-Yen, habe ich mir aufgeschrieben. Genau, der konsolidiert auch seitwärts, das zieht sich durch alle Yen-Paare. Ausbruch über der Konsolidierung bzw. tiefes Pullback hier in die 141,40er rein oder über die 143,84er-Marke. Schweizer Franken, Japanisch Yen müsste eigentlich genauso aussehen. Hier ist er. Auch hier sagen wir, entweder konsolidiert relativ stark nach unten im Bereich von 116,20 oder er bricht die Konsolidierung Long. Das wäre hier oben. Zusammenfassend also, wenn wir das doppelt nehmen, hier diese zwei Signale ergeben sich aktuell, was den Schweizer Franken-Japanisch Yen angeht. Und britisch-fund-Japanisch Yen, da steht jetzt das Pullback an diese große bullische Flagge. Hier erwarten wir jetzt eigentlich bald einen sehr bullischen Impuls. Und der sollte zunehmend greifen, denn spätestens unterhalb dieser Trendlinie verschlechtert sich aus bullischer Sicht dieses Setup deutlich. Was haben wir noch? Australisch-Dollar, Neuseeländisch-Dollar. Vielleicht erinnern sich einige, wir hatten hier oben mal ein Short-Setup angekündigt. Das hat sich mittlerweile bewahrheitet. Und abhängig davon sehen wir hier einen Durchbruch des letzten Tiefs hier. Und damit ist der Weg eigentlich frei jetzt für eine 100-Pip-Bewegung bis in den Bereich von 120 Pips, bis in den Bereich von, naja, 105 in dem Bereich. Ja, das kommt hin. Untergeordnet sehen wir, dass Short-Impuls ist völlig intakt. Und damit gehen wir eigentlich weiter von fallenden Kursen aus. Der Benchmark, der Light-Index, an dem ich mich orientiere, jedenfalls zur Zeit, das ist der S&P 500, 1867 Punkte nach unten hin als Unterstützung, 1886 Punkte nach oben hin als Widerstand. Aktuell in einer untergeordneten Seitwärtsphase, übergeordnet, so wie hier sichtbar, weiterhin long. Aktuell konsolidieren wir hier diese, oder korrigieren diese bullische Bewegung von 53 Punkten. Es ist sinnvoll, hier sich unten im Bereich von Long-Positionen letztendlich mal umzuschauen oder eben über diesem Bereich. Alles in allem müssen wir aber sagen, er ist mehr oder weniger seitwärts geprägt, sodass jetzt aktuell auch eine Seitwärtsbewegung zu erwarten ist. Also die setzt sich tendenziell fort. Korrekturen unterhalb 1866 Punkten könnten in den Bereich von 1850 laufen. Spätestens da sind wir wieder sehr, sehr stark und sehr, sehr gut unterstützt. Spätestens hier haben wir gute Unterstützung, das heißt auf Short-Positionen werden wir tendenziell eher verzichten. DAX auch momentan seitwärts gerichtet. Könnte bullisch werden, über 9400 Punkten, bärisch unter 9200 Punkten. Dann mit einem Kursziel von 9100 und 950 Punkten. Was den Nasdaq anbetrifft, der korrigiert heute auch ein wenig stärker, sehen wir hier. Da ist auch noch die Korrektur anscheinend jetzt weiter fortgeschritten. Das muss aber nichts heißen. Möglicherweise entwickelt sich hieraus einfach eine bullische Flaggensituation. Und spätestens, wenn er wieder hier in den Bereich von 3673 Punkten kommt, ist er als Long einzustufen. Beziehungsweise im Bereich von 3659 Punkten. Eine deutliche Korrektur wahrscheinlich gibt es, Wahrscheinlichkeit gibt es dann, beziehungsweise wird wahrscheinlich, wenn wir hier unter die 3637er laufen. Und was den Dow Jones anbelangt, der Ausbruch hier war nicht nachhaltiger Natur. Man hätte ein bisschen Gewinn gemacht oder wäre flat ausgestoppt worden. Alles in allem scheint es, als ob wir hier nochmal eine tiefere Korrektur sehen. 16172 Punkte in dem Bereich. Ansonsten würde ich mich jetzt vom Dow Jones eher fernhalten. Interessant ist vielleicht noch hier der Eurostox, der, wenn er diese Trendlinie bricht, unter das letzte Tief, eher ein durchaus starkes Verkaufssignal letztendlich produziert. Und dann könnten wir eventuell stark fallende Kurse sehen in dem Bereich. Bullisch wird es hier erst über 3186 Punkten. Das war es von meiner Stelle aus. Heute ein relativ ruhiger Tag. Morgen wird es wahrscheinlich volatiler. Dann mehr dazu im Forex am Morgen für den Mittwoch, für den 12.03. Ansonsten vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Einen schönen Feierabend und wenn Sie mögen, bis bald. Auf Wiedersehen.